Hallihallo, ich zeige euch, wie man den Hintergrund transparent machen und einfach den Hintergrund wegradieren. Wir holen erstmal eine neue Datei, zum Beispiel ein neues Bild öffnen wir. Dieses Bild haben wir schon. Wir öffnen einfach das Bild. Diesen Hintergrund wollen wir einfach radieren und einfach so machen wir transparent. Wir gehen einfach auf die Bände und dann Transparenz, Halberkanal hinzufügen, haben wir schon. Und mit diesem Weg zur Radierer können wir einfach draufklicken und auf der rechten Seite drücken wir hier und holen wir einen Pinsel. Zum Beispiel diese Pinsel, die Größe können wir auch ein bisschen aussuchen und ja, zum Beispiel auf diese Größe, ja es ist ein bisschen besser und dann können wir einfach radieren. Unser Hintergrund radieren, Sie sehen schon, wenn wir radieren, dann erzeugen wir einfach ein transparenter Hintergrund. Also, und so könnten Sie auch später Ihr Bild einfach weiter bearbeiten und einfach speichern und einfach irgendwo in ein anderer Bild einfach hinzufügen. Also ich zeige euch langsam wirklich. Es muss nicht so perfekt heute sein, weil wir wollen einfach euch demonstrieren, wie man das erzeugt. Also Sie sehen schon in vielen Zeitungen, aber Sie wissen nicht, wie die Leute das erzeugen.